Hallihallo, herzlich willkommen aus meiner Firma, herzlich willkommen in meiner Firma. Oh, nicht schlecht. Okay, herzlich willkommen in meiner Firma Schloss Araoldorf und ich bin sprachlos. Ach du Schiette, wie soll ich das denn hinkriegen? Und ich habe hier ein Schloss, ein GU-Schloss, Haken-Schloss, Schiebetür-Haken-Schloss, Hebe-Schiebetür-Haken-Schloss. Oh Mann. Autsch. Das Schloss kommt aus Dänemark. Eisen. Gut, alles verschweißt. Okay, das kriege ich hin. Auch Schweißpunkte, kriege ich auch hin. Aber Leute, warum haben die das Schloss denn so dicht gemacht? Das glaube ich ja wohl nicht. Gut, hier haben die auch einen anderen Bolzen drin, den haben die abgetrennt, warum wieso auch immer. Und das soll ich retten. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich versuche mal. Gut, ich werde das jetzt mal eben auseinander machen. Das heißt also, die Platte hier abtrennen, dass ich erstmal in das Innenleben komme und dass ich da irgendwie was machen kann. Okay, das kriege ich wahrscheinlich hin. Ich freue mich ja auch mal auf solche Sachen und dann würde ich mich mal ran machen, ob ich das noch retten kann. łosierde so. Okay, ich rufe ich jetzt. Auch hier.